Was bedeutet das für ein Athleten selbst, dass man quasi inklusiv den Sport ausübt und nicht voneinander getrennt Sport macht? Ja, ich glaube, das ist was ganz Besonderes und so sollte es eigentlich überall sein, dass man gemeinsam zusammen hier kämpft, weil man ist nun mal ein Team. Es gibt halt eine Kanu-Sportart, wir betreiben das alle hier den Rennsport und das ist einfach auch schön, dass man sieht, dass die Kanuten und die Parakanuten da hintereinander stehen und sich da gegenseitig unterstützen und anfeuern.